Ja und uns aus Düsseldorf zugeschaltet ist Rebecca Eisert, Autoexpertin von der Wirtschaftswoche. Frau Eisert, ein Lieferstopp, 20.000 Mitarbeiter bei VW alleine sind betroffen. Wir reden jetzt nochmal gar nicht von den anderen Zulieferfirmen. Das klingt nach einem einmaligen Vorgang. Ja, also dieses Ereignis hat tatsächlich Seltenheitswert, dass es ein kleiner mittelständischer Zulieferer wagt, sich gegen diesen riesen Konzern Volkswagen aufzubäumen und den Lieferstopp durchzieht, das hat es kaum noch gegeben. Dass mal einer sagt, er liefert nicht mehr, dass er den Lieferstopp androht, das wird unter der Hand schon mal vorkommen, aber normalerweise werden diese Vorgänge nicht öffentlich. Also das ist wirklich was Besonderes. Ist das sozusagen, können Sie uns den Vorgang nochmal schildern, weil es scheint ja nicht ganz klar zu sein, warum die jetzt nicht liefern. Das ist eigentlich ein recht klassischer Fall. Es soll wohl so sein, dass der Zulieferer hohe Investitionen, wir sprechen hier von Millionenbeträgen, gemacht hat, vielleicht in Werkzeugteile oder andere Investitionen. Und VW schließlich dann die Produkte aber vielleicht nicht haben wollte. Jedenfalls kam es zu einer, wie der Zulieferer sagt, fristlosen und nicht nachvollziehbaren Kündigungen. Und Volkswagen möchte keine Kompensation zahlen. So viel wissen wir. Und jetzt ist man eben bis zum Äußersten gegangen. Jetzt scheint es ja, auch wenn man in die Vergangenheit blickt, und auch jetzt hat Volkswagen ja auch kein gutes Image als sozusagen abnehmender Betrieb. Ist das richtig? Ja, also man muss schon sagen, es hat Tradition, dass Volkswagen und die Zulieferer kein richtig gutes Verhältnis haben. Das geht zurück bis in die 90er Jahre. Damals hat der damalige Chef Ferdinand Piech den US-Manager Lopez geholt von General Motors. Und der hat dann ein jährliches Rabattsystem eingeführt, dass die Zulieferer also jedes Jahr drei bis fünf Prozent im Preis runtergehen müssen. Und seither hat sich das Verhältnis eigentlich nicht wesentlich gebessert. Der Umgangston ist da wirklich sehr rau. Das klingt ja so ein bisschen nach einer fast monopolistischen Struktur, dass VW also eine solche Macht über die Zulieferer hat. Ich sage jetzt mal ganz naiv, müsste da nicht auch das Kartellamt dann mal ran? Sie sprechen da ein sehr heißes Eisen an. Es ist natürlich so, dass Volkswagen eine unglaubliche Einkaufsmacht hat. Man könnte von einer monopolistischen Macht sprechen. Oder zumindest, wenn wir in der gesamten Industrie gucken, von einer oligopolistischen Struktur. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Die vielen mittelständischen Zuliefererbetriebe haben nicht die Kraft und nicht die finanziellen Ressourcen, um sich aufzubäumen. Deshalb ist dieser Fall ja so besonders. Aber ja, das Kartellamt könnte da mal einen Blick drauf werfen. Dazu braucht man aber eben auch Leute, die sagen, wir haben hier ein Problem. Die Auswirkungen, wir haben es gehört, sind massiv. Es könnten bis zu 20.000 Mitarbeiter alleine bei VW in Kurzarbeit treten. Können Sie uns schildern, was darüber hinaus noch passieren könnte jetzt aus diesem Fall heraus? Ja, also die 20.000 Mitarbeiter beziehen sich nur auf VW. Das muss man aber sagen, wenn ein Modell eben nicht mehr produziert wird, wenn die Bänder stillstehen, wird ja kein einziges Teil, das für dieses Produkt benötigt wird, noch angeliefert. Die Bänder stehen still, man braucht die Teile nicht mehr. Und die Zulieferer, die schauen jetzt auch in die Röhre. Also alle anderen, die in der Wertschöpfungskette von VW drin sind, die haben jetzt auch ein Problem. Was sollen sie mit ihren Teilen machen? Können sie die zwischenlagern? Wer nimmt die ab in der Zwischenzeit? Also das geht die ganze Wertschöpfungskette hindurch. Und je länger diese Sache dauert, desto schwieriger wird es. Man kann nur hoffen, dass dort bald eine Einigung kommt. Ja, das werden wir sicher sehen. Eine Frage habe ich noch. Auch der Schaden für VW, wird sich das weiter auf das ohnehin schon schwierige Image der Firma auswirken? Jetzt muss man natürlich abwarten, was die Gerichte sagen. Erstmal könnte man sagen, Volkswagen kann im Moment nichts dafür. Das müssen wir noch sehen. Es ist sicherlich nicht günstig für Volkswagen, dass jetzt wieder eine neue Baustelle aufgemacht hat, wo der Konzern mit der Diesel-Affäre immer noch zu kämpfen hat. Man wünscht sich dort sicherlich einfach nur Ruhe. Andererseits lenkt es ein bisschen von Dieselgate ab. Rebecca Eisert war das von der Wirtschaftswoche. Ganz herzlichen Dank nach Düsseldorf. Sehr gerne.